So hallo aus Jerusalem, hier findet jetzt die Verlosung von drei Büchern, soziale Gewinneren, Social Media statt. Und jetzt werden wir mal schauen, wer beim Neuwahl Gewinnspiele gewonnen hat. Der erste Name ist die Marlene Altenhofer, der zweite Buch. Das geht an Katharina Stadler, Frau Stifles, Frau Katharina. Und das dritte Buch geht an Monika Mäuber. So, herzlichen Glückwunsch, die Bücher schicke ich euch nächste Woche zu. Und im Hintergrund seht ihr die Klagemauer, die eigentlich mehr Platz. So, danke fürs Mitspielen. Die richtige Antwort war übrigens, 18. bis 19. Oktober, da findet das SPSM-Camp statt. Ich würde uns freuen, wenn wir euch dort sehen. Alles Gute, Spaß, Tschüss. Bitte sein.